Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Das iPhone 12 habe ich zusammen mit dem iPhone 12 Pro vor ungefähr zwei Wochen für euch ausgepackt. Und heute ist es soweit, wir kommen zum Fazit. Das heißt hier auf dem Kanal Alltagstest und dass ihr einen besten Eindruck von dem Gerät bekommt, filmen wir das gesamte Review mit dem iPhone 12 Pro. Das heißt die Kameras, die sind ja identisch, zumindest was die Hauptkamera angeht. Und deswegen bekommt ihr hier einen optimalen Eindruck von der Soundqualität und der Kamerakualität schon im Alltagstest. Und wenn ihr die Kameras an sich sehen wollt und vor allem auch den Vergleich zwischen dem 12er und dem 12 Pro, dann abonniert jetzt schon mal den Kanal, denn da kommt bald hier auf dem Kanal ein eigenes Video nur zum Vergleich. Und deswegen wird auch der Kamera-Part im heutigen Video ein bisschen kürzer. Jetzt würde ich aber sagen, legen wir los mit dem Alltagstest zum iPhone 12 im wunderschönen Blau. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Das iPhone 12 ist teurer geworden. Das ist ein Statement, das man sagen muss, denn das iPhone 11 hat damals 800 Euro gekostet. Das hier startet jetzt bei rund 850 Euro mit 64 GB. Meine Variante hier hat 128 und da seid ihr schon über 900 Euro. Und das für ein iPhone 12. Klar, ihr habt jetzt auf der Vorderseite das OLED-Display. Ihr habt dieses coole neue Design. Aber im Grunde genommen seid ihr technisch immer noch ein bisschen abgespeckter als die Pro-Variante. Denn ihr habt hinten eine Glossy-Rückseite, ihr habt einen Alu-Rahmen und euch fehlt eine Kameralinse. Zur Kamera, wie gesagt, aber nochmal in einem extra Video. Heute geht es grundsätzlich um das Gerät. Und eine Sache, die ich echt zu lieben gelernt habe, ist MagSafe. Denn die Funktion hier einfach auf der Rückseite, ich mache die Hülle mal ran, dass man es besser sehen kann, diese Magnete nutzen zu können, zum Beispiel zum Laden oder auch für Accessoires, ist echt nicht schlecht. Und da hat Apple eigentlich eine coole Funktion gefunden. Ich habe letztens in dem Livestream das genutzt und hatte hinten MagSafe dran, um das Handy zu laden und gleichzeitig noch Kopfhörer bzw. ein Mikrofon anzuschließen. Also eine Funktion, auf die wir nachher nochmal eingehen, jetzt aber erstmal allgemein zum Smartphone. Dieses liegt so unglaublich gut in der Hand, dass sich jedes andere Smartphone, was ihr danach in die Hand nehmen werdet, komisch anfasst. Denn dieser kantige Rahmen, ja der ist einfach ein Handschmeichler, obwohl er eigentlich ja so kantig daherkommt. Einzig die Farbe hier im blauen Modell ist mir ein bisschen zu billig und wirkt sehr plastisch. Das ist aber eine Geschmackssache, schreibt ihr mal unten rein, ob ihr eher Fan von den Pastelltönen seid oder eben von diesem Farbton. Was mir gefällt, ist die Absetzung der Kameras, denn diese stehen nicht zu weit raus und gerade in Verbindung mit dem matten Design und dem Rahmen ist das echt cool. Und um euch natürlich den bestmöglichen Gesamteindruck geben zu können, wird auch das ganze VoiceOver von dem iPhone 12 Video mit dem iPhone 12 aufgenommen. Das Gerät an sich rennt dann natürlich auch erfahrungsgemäß. Es ist ein iPhone und das hat man über die Jahre jetzt einfach gemerkt, dass diese extrem zuverlässig funktionieren. Dank des neuen Prozessors funktioniert das natürlich auch wieder extrem schnell. Einzig die Displaywiederholrate hemmt das Gerät an sich ein bisschen und ich finde es extrem schade, dass Apple lieber auf den 5G Standard gesetzt hat, als sich für ein 120 Hertz Display, also eine höhere Bildwiederholrate zu entscheiden. Dadurch wären die Eindrücke und die Darstellung noch einmal flüssiger gewesen, aber okay, Apple ist hier bewusst den Schritt gegangen, das Gerät langlebig zu machen und somit schon einmal mit 5G auszustatten. Das iPhone 12 ist im Vergleich zum 11er, also dem Vorgänger, leicht geschrumpft bei gleicher Displaygröße. Es gefällt mir persönlich immer sehr gut, denn das bedeutet, dass die Displayränder auf der Vorderseite kleiner geworden sind. Und das in Verbindung mit diesem eckigen und kantigen Design gibt echt ein cooles Gesamtsystem. Außerdem habt ihr jetzt ein OLED-Panel wie auch im iPhone 12 Pro und das macht das Gerät nochmal viel, viel wertiger, denn die Kontraste und auch die Schärfe punktet dadurch und es macht einfach ein schöneres Gesamtbild, wenn ihr es im Alltag nutzt. Und das Argument, ich brauche ein iPhone 12 Pro, um eben ein OLED-Display zu haben, wie es bei den 11er-Modellen war, das entfällt. Und deswegen ist das hier auch so ein bisschen der Geheimtipp, aber dazu später im Fazit. Nachdem ich das Wort OLED-Display jetzt so oft gesagt habe, erkläre ich euch kurz, was das ist. Das iPhone 11 in der rechten Seite hat ein sogenanntes LCD-Display. Das bedeutet, dass die Pixel an sich vom Display nur die Farbe wiedergeben und nicht die Helligkeit. Das Display an sich wird dabei hinterleuchtet und das ergibt den Effekt, dass bei einem schwarzen Display oder einem schwarzen Display-Bereich immer ein leichter Grauflimmer da ist, da man eben weiterhin hinterleuchtet ist. Bei OLED ist das nicht so, denn hier leuchtet jeder Pixel selbst und das ermöglicht eben höhere Kontrastwerte. Und was ermöglicht das iPhone 12 auch? Ja, es kann stehen und es ist zwar nur ein kleines Gimmick, aber ich finde das mega cool, dass man das einfach irgendwo hinstellen kann. Macht das aber nicht zu oft und nutzt dabei dann lieber eine Hülle, denn so ein teures Smartphone soll ja dann doch irgendwo geschützt sein. In dem Fall hier ist es die MagSafe-Hülle von Apple, diese ist aber allerdings jetzt schon wieder bei Apple zurück, weil sie in meinem Fall unten gebrochen ist. Das tat mir selber sehr leid und fand ich sehr schade, aber ein Materialfehler ist da nicht auszuschließen. Kommen wir jetzt aber nochmal zur Bedienung und zur Funktionalität. Es macht extrem viel Spaß. Das Display ist hell, es ist scharf und es funktioniert in jeder Situation. Das Apple-Bedienkonzept ist extrem ausgereift und man weiß einfach, wo man sich bewegt. Und das macht im Alltag viel Spaß. Das Wischen zwischen verschiedenen Apps funktioniert zuverlässig und Apps, die vor Minuten erst geschlossen wurden, sind immer noch verfügbar, dank des größeren RAM-Speichers. Und ja, wir haben jetzt auch Widgets. Seit iOS 14 ist Android immer mehr im Einzug bei iOS, wenn man es so nennen möchte. Was ich extrem cool finde, ist auch die Multimedia-Tauglichkeit. So ist das Display natürlich auch für Videos gut geeignet. Außerdem kann YouTube mittlerweile auch in 4K wiedergegeben werden, was das Ganze nochmal ein bisschen knackiger macht. Und die Lautsprecher sind dank Dolby Büschen wirklich gut und vernünftig. Und ihr bekommt dadurch einfach ein schönes Entertainment-Erlebnis in dem Moment. Und das ist echt cool, gerade für mich jetzt an längeren Pausen an Ladesäulen, weil sowas zu überzeugen, denn nicht jedes Auto hat Netflix an Bord. Das iPhone 12 hat auf der Rückseite, wie schon das 11 damals, zwei Kameras. Das ist zum Glück ein Ultraweitwinkel und ein normaler Weitwinkel. Die wissen wirklich zu überzeugen. Und schauen wir uns jetzt mal an, alles Detaillierte dazu. Aber wie gesagt, im Vergleich dann mit dem iPhone 12 Pro. Die Hauptkamera des iPhone 12 hat ein bisschen bessere Lichtstärke. Das bedeutet, gerade im Lowlight-Bereich ist diese besser. Und ja, im Lowlight-Bereich können wir jetzt auch endlich die Nachtfotoaufnahmen mit beiden Kameras machen. Und die wissen im Alltag sowas von zu überzeugen. Auch wenn die iPhone-Geräte ein bisschen von dem warmen Bildprofil beeinflusst sind und man das einfach bei den iPhones nie wegdenken kann und man immer sieht, dass ein Bild mit dem iPhone aufgenommen wurde, gefallen mir die Bilder insgesamt sehr, sehr gut. Gerade der stimmige Weißabgleich zwischen dem Ultraweitwinkel und dem Weitwinkel ist immer ein Genuss. Und der weiß einfach zu überzeugen, egal aus welchem Winkel. Außerdem sind die Bilder knackig scharf und ihr habt eine schöne Tiefenunschärfe, die sich auch natürlich ergibt. Die Selfies sind vernünftig, wenn auch ein bisschen ausgebrannt im Lichtbereich. Und ja, der Lowlight-Bereich ist wirklich die größte Stärke des iPhone 12, denn in beiden Kameras sind diese zu überzeugen. Noch kurz ein Schwenk zum Video. Auch wenn ihr den Videomodus ja hier das ganze Video lang schon genießen durftet, da zwar vom iPhone 12 Pro, aber der Hauptsensor ist ja genau identisch. Die Videos sind schön, sind gut stabilisiert und machen viel Freude, wenn man sie im Nachhinein nochmal anschaut. Die Tonqualität könnt ihr ja einschätzen, nachdem ihr mich jetzt hier oft genug habt, reden gehört. Kommen wir jetzt aber zum Akku, denn dieser muss ja das ganze Gerät powern. Und so kam ich mit dem iPhone 12 abends meistens mit um die 20% nach Hause. Das heißt, meistens im roten Bereich. Und ja, das reicht zwar im Alltag, aber sollte man mal wieder rausgehen dürfen, müsstet ihr vor einer Feierlaune oder ähnlichen Situationen das Gerät dann nochmal anstecken. Das geht ja mittlerweile gut über Wireless Charging, aber bei den iPhone 12 Modellen auch mit MagSafe. Und das ist ja der Standard, den man früher noch von den alten MacBooks kannte. Jetzt kommt dieser in den runden Magnetcharger auf die Rückseite vom iPhone, ermöglicht dann 15 Watt Charging. Aber das Beste, was er ermöglicht, ist meiner Meinung nach, dass ihr das Gerät kabellos laden könnt. Das heißt, unten steckt kein Stecker drin. Er ist auf der Rückseite sozusagen eher kabellos angebracht, aber ihr könnt es weiterhin benutzen. Und gerade am Schreibtisch ist es mega praktisch, das Gerät nicht fix ablegen zu müssen, um es dann nicht mehr verwenden zu können. Und MagSafe hat außerdem den riesen Vorteil, dass ihr Accessoires anbringen könnt. Wie beispielsweise hier dieses Wallet von Apple. Und ich bin so gespannt, was andere Drittanbieter da für Apps bzw. für Accessoires noch entwickeln, die dann da hinten rankommen. Zum Wallet an sich kommt im Übrigen auch bald noch ein eigenes Video. Kommen wir jetzt aber zum Fazit des iPhone 12. Dem normalen, nicht dem Pro, mit dem wir gerade das Fazit aufnehmen. Schreibt jetzt gerne schon mal in die Kommentare, was ihr von der Videoqualität haltet. Denn das ganze Video, wie gesagt, alle Aufnahmen sind mit dem iPhone 12 Pro aufgenommen. Und die Aufnahmen des iPhone 12 Pro stammen von dem Technikwunder hier. Und Technikwunder ist es wirklich, denn während man letztes Jahr bei der 11. Generation noch so ein bisschen im Strugglen war, ob man die eher empfehlen könnte als die Pro-Variante. Denn da war ja das Display noch ein LCD-Panel. Jetzt haben wir hier dasselbe Display wie im iPhone 12 Pro. Und das macht das hier zur absoluten Kaufempfehlung. Für über 900 Euro, so 920 roundabout. Mit 128 GB, denn drunter würde ich es eigentlich nicht empfehlen. Ist das hier richtig genial. Ihr bekommt das große Display mit der vollen Auflösung, dem OLED-Panel. Auf der Rückseite den gleichen Kameras bis auf den Tele-Zoom. Aber das schaut euch gerne in dem Kameravergleich an, den wir eben mit dem iPhone 12 Pro gemacht haben. Ist das ja genau das gleiche Gerät wie das iPhone 12 Pro. Und wenn ihr damit klarkommt, dass ihr hier keine matte Rückseite habt, sondern so ein bisschen diesen glossy Look und den Alurahme, dann ist das wirklich das Gerät für euch. Außerdem, Funfact an der Stelle, die Farbe von dem Außendesign hier ist genau die von der blauen Apple Watch. Und das rote ist genau die Farbe, ihr ahnt es jetzt, von der roten Apple Watch. Wenn ich die Farbe entscheiden müsste beim iPhone 12, ich würde nicht das Blau nehmen. Das ist aber nur mein Geschmack, denn ich finde das ein bisschen zu günstig wirkend. Während die anderen Farben alle durch einen Pastell-Look hochwertig daherkommen, ist mir dieses Blau ein bisschen zu aggressiv und es wirkt zu plastisch. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Es gibt auch viele, denen das Blau gefällt. Nur meine Meinung an der Stelle. Ansonsten, ihr habt hier dieses geniale Design, ihr könnt das Handy einfach hinstellen. Und das sind alles Punkte, die das so extrem gut in der Hand legen lassen. Dass es leicht kleiner geworden ist als das 11er letztes Jahr, macht es zudem nochmal besser. Ach ja, und die Geräte sind auch 5G-tauglich, aber wo kann man das in Deutschland aktuell schon nutzen? Von mir war es das zu diesem Video. Wenn ihr aktuell ein iPhone 11 habt, dann lohnt sich der Umstieg nicht wirklich, außer ihr wollt wirklich unbedingt vorne das Display haben. Und ansonsten, für all diejenigen, die vielleicht die 11. Generation übersprungen haben, ist das hier eine Überlegung wert. Denn für 900 Euro, wann hat man da schon mal die beste Technik bei Apple bekommen? Von mir war es das zu diesem Video. Ich hoffe, ihr schaut euch dann den Vergleich an. Und lasst uns gerne in den Kommentaren kommentieren und argumentieren, was ihr von dem gerade eitthaltet oder ob ihr eher zum 12 ergreifen würdet. Wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin, ciao.